Ach komm! Du willst doch nicht etwa hier mit Bogen rumfummeln? Ach, lass das doch mal sein, ja! So. Aua! Hier fummelt mir einer am Rücken rum mit seinem Kackpfeil. So. Ich bin schon da, Freunde, ich bin schon da. Dann wollen wir mal Freund Schalou sagen, ja. Ist ja auch schön, ne? König Asrei! Wie könnt ihr... Nein! Au! Oh, diese Rückentreffung. Garstiges Volk! Ne, du ich nicht. Was ist das? 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 Aua, ich hab doch ausgewischt. Mann, ich kann mich doch mal die Tasten drücken. Katschinga! Nein, ausweicht! Alter, ich drücke Shift! Ich arbeite doch dran, das geht doch nicht schneller. Was soll ich denn hier machen? Ich drücke E. Oh, ich drücke R. Entschuldigung, ich habe R gedrückt. Das ist ja behindert. Nein, Shift! Mann! Da hab ich schon keine Lust zu. Mach den weg jetzt hier. Aua! Das ist fies. Wo ist der Moppel? Freunde! Ah! Was ist das? Was ist das für Scheiß? Ah! Nein! Das geht nicht gleich aus, Alter! Nein, dritter Shift! Nein, das ist Shift! Shift! Super Shift! Leertaste Shift! Leertaste Shift! Alles zusammen! Oh Gott! Nein! Ich hab's keine Lust zu! Aua! Ich hab's keine Lust zu! Getust mir! Ach, sie tot! Na, Jus, komm! Flach! Flach! Zwei Tose, Alter! Ach, lass das sein! Aua! Aua! Mann! Ich häng mich an! Ich brauch dich jetzt Krankenhaus, Junge! Oh, falsche Tast! Oh nein, mach nicht! So, Freunde, lass mich mal jetzt hier durch! Jesus! Ergib dich! Oder deine Familie wird ausgelöscht. So, Krab! Genug! So sei es, so sei es. Die höchste ist die Frau aber echt nicht, he? Warte mal auf die Leute hier zu kreuzen, was wird euch kaputt? Bei den Göttern. Wir kämpfen für den Ruhm Roms. Doch was für ein Rom ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Dann lass es doch sein. Das muss auch die Thorianer gewesen sein. Ach, da ist Mr. Bundschlumpf hier. Freunde Roms, ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Mr. Schuulisch-Floorabend. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Ja, ich würde gerne... Eure Hoheit, ich muss protestieren. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Heischt sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst reintritt. Nein! Nicht herrlich! Wachst es? Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Beschund sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte! Lasst meine Tochter gehen! Ich flehe euch an! Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden. Wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seelen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Oh, wie aufhörigend. Pfff! Ha! Ha! Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen. Sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Die haben die Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmach! Zenturio. Wir marschieren gegen Norden. Ja, Herr! Sie sind ja einfach nur gemein. Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass Selbstraumselite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Amen. Ach du Kacke. Diese Festung. Glotz Sprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, dass, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Hm. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Strenge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken für zehnten Stunde aus. Ja, Herr. Ei, 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 ei. Wir werden Komodos retten. Weiden Männer errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Was? Naja. Mit ein paar Leichen auf dem Spieß. Schmetterlinge. Blätter. Hast du das? Nur der Wind. Klar ist das nur der Wind. Nein. Nur ein Hirsch. Ein Hirsch, ja. Ein Hirsch ist es. Oh Mann. Wir werden beobachtet. Natürlich. Was glaubt ihr denn? Wir kämpfen wollen. Warum kommen sie da nicht raus und kämpfen? Macht schon. Ruhel da. Wovor hast du solche Angst? Wir sind Römer. Wir sind die 14. Noch ein Kopfanspieß. Es ist in den Nebel gerannt. Ich hab's gesehen. Irgendein Tier, irgendein Tier auf zwei Beinen. Oh. Ruhe Männer. Diese Bieste hätten uns schon längst angegriffen, wenn sie könnten. Nein. Sie sind klug genug, uns zu fürchten. Das bezweifle ich sehr stark. Im Laufschritt, Männer. Die haben doch keine Angst vor uns. Kannst du voll vergessen. Wie wäre es, wenn wir nochmal einzeln über diese Brücke? Guckt euch das Ding doch mal an. Das ist doch nicht stabil. Wir werden beguckt. Das war doch klar, Mann. Oh. Das sind aber schon so ein paar... Alter. Das sind schon so ein paar viele. Das sind schon so viele. Da, Alter. Ah. Ja. Hier macht sie platt. Das ist ganz gesichternd so. Ich stimme zu. Überlebe den Überfall. Boah. Geht alles. Ah. Schieft. Vielleicht ist es ein bisschen besser zu spielen, wenn man das mit einem Controller macht. Aber über Tastatur ist es manchmal schon etwas tricky. Aua. Hier kommt die ganze Zeit Feuerbälle, aber nicht in meine Richtung. Aua. Wie war denn das? Doch hier. Warte mal. Nee, ich schwirr... Wer ist er denn? Der quitscht auch rum. Nein, Monsieur. Nein. Oh Gott. Bleib am Leben. Das ist kacke jetzt, weißt du. Lass den in Ruhe. Der hat dir gar nichts getan. Die sind ja drauf. Geh weg. Was macht er mit dem anderen? Will er den auch aufspießen? Stimmt, ja? Ei, Caramba. Ich liebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mein Krempel. Für meine Kohorte. Das Wort habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Suche nach deiner Kohorte. Göttlich. Ich muss meine Männer finden. Ich weiß. Ich arbeite dran. Wir sind ein paar Tote aber. Ob die zu dir... Weiß ich nicht. Ah! Manch da auch viele Pallen. Könnt er das mal sein... Ah! Ah! Könnt er das mal sein lassen, bitte. Wer ist er denn? Oh ne. Ah! Nein! Warte! Warte mal. Das? Oh, das ist aber so ein Riesenmensch. Guck dir den mal an. Mach den tot! Dieses Monster. Was auch immer es ist. Oh! Oh! Das war unfreundlich, sag ich mal. Oh, ein bisschen zu große Ding. Wie geht es denn hier lang? Wie geht es denn hier überhaupt lang? Irgendwie nicht. Mein liebes Spiel. Sag mir bitte, wo ich es lang muss. Da da. Okay. Alles klar. Was geht damit? Nein! Shift! Ich meine, das ganze System ist nach wie vor wirklich Bombe, ja. Nein! Shift! Nein! Shift! Nein! Shift! Nein! Nein! Shift! Hallo! So, was macht der hier? Aua. Machen wir mal E. Öh. Katschinga. Und so ein Scheiß. Läuft. Ich glaube, ich muss eigentlich nur diesen Dingern hier folgen. Ne, ich laufe in die Falschrechnung. Entschuldigung. Also entweder den Fackeln folgen. Oder aber diesen netten, was auch immer, Aufstellern hier. Da kommt bestimmt wieder so ein Dicker, ne? Oh, sympathisch, ja. Toll. Au. Nein, lass es sein. Ich muss zu den Menschen hier. Das bewirft der mich hier die ganze Zeit. Nein. Will ich mich hier anders bewerfen? Was ist das? Au. Wer bewirft mich hier ständig? Ups. Komm her, du Würstchen. So. So. Werden wir das? Eigentlich müssen wir wirklich nur den Dingern hier folgen, denke ich. Weil da wohl Licht ist, ne? Das ist eine Tropfsteinhöhle nahe, ist super. Oh, da sind Leute von... Ach du Scheiße. Könnt ihr das mal sein lassen, bitte? Wer soll denn das sonst sein, Monsieur? Ah. Nein, lass das sein. Aua, lass das sein. Ah. So, Freunde. Ja, ja, ich weiß. Aber ich muss hier erst mal so ein paar Leute. Das bleibt mal. Gut, Mann. Warte doch mal fünf Minuten. Meine Güte. Ich muss hier doch gerade mal so ein paar Leute platt machen. Aua. Ich brauche Trinktapier. Ah. Ich würde euch unglaublich gerne helfen gerade. Ist nicht so leicht gerade. Aua. Kommt hinaus. Folgt mir unauffällig, bitte. Hier hin. Fällig. Sieht aber geringfügig auffällig auf. Es sind sehr viele explosive Sachen. Hallo. Gäste ist voll. Wo sind hier noch Leute? Götter, ich sehe ein Setturio! Komm ja schon! Öffne die Käfige. Genau.